Ja Leute, herzlich willkommen zurück zum Bioshock Infinite. Spitz Roy, wenn du diesen idiotischen Krieg gewinnst, schick das nach New York. Die kriegen die Kleine nicht, egal wer sie sind. Vielleicht habe ich richtig gehandelt, was dich und die Vox betrifft, aber letztendlich macht das nichts besser. Anna, Anna, es tut mir leid. Na ja, Anna, so. Anna, oder Eleven Bass, ne? Da war noch was. Irgendwie. Ich glaube, ich kann ja da wohl nur hinterher laufen, anscheinend. Was haben wir denn hier noch? Position und Blieber, blubber. Passt schon. Wir haben ein Brot dafür, das Läden. Ja, das ist ja dann nochmal jetzt hier oben gleich. Da gibt's hier aber noch was. Eine Fusion nehmen. Gesundheitsschild. Ich bin für... ...Personenfreiheit. Genau das, was wir jetzt brauchen. Denn ich glaube, die haben hier gerade ganz gut zugesetzt, ne? Joa, denn... ...Folgen wir hier mal. Und sie läuft da einfach, in den Port. Kein Wunder, nachdem was da eben passiert ist. Ohne ist jetzt jedenfalls nicht. Okay. W-Wieso kommst du nicht da raus? Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist, was ich da rauskriegen muss. Aber du hast sie den Jungen gerettet, ne? Elisabeth. Auf einmal steht sie da, ja. Sie hatten nur das. Hör zu. Wie machst du das, du das? Wie mache ich was? Vergessen. Wie wirst du all das wieder los, was du getan hast? Gar nicht. Man lernt eben damit zu leben. Also, der Moment der Wahrheit. Neu-York oder Paris. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Los, wir müssen zusehen, dass das Ding irgendwie schneller wird. Das ist eine Art Gashebel oder Beschleuniger geben. Weißt du, wie das Ding aussieht? Keine Ahnung. Hilf mir suchen. Das Ding kommt mir noch bekannt vor. Auch wieder mächtig Terror. Dieser Filter funktioniert echt gut. Das würde mir sehr gefallen. So was hätte man eher schon haben müssen. Das ist es nicht. Doch, bestimmt. Nein, doch. Versuch's noch mal. Okay, bitte sehr. Bucca. Wir müssen, Sie stopp ich. Nein, das ist das Ding. Bucca, schnell. Nein, das ist das Ding. Nein, das ist das Ding. Nein, doch. Nein, doch. Wenn Sie das ganze Lied spielen, kommt er wieder. Versuch's du. Gut. Aufhören. Nein, das ist das nicht. Hört auf. Ihr wisst nicht, was ihr tut. Na also. Jetzt habt ihr's geschafft. Er kommt zurück. Er kommt zurück. Die Noten waren korrekt. Das Instrument aber nicht. Ich würde sagen, wir gehen wieder rein hier. Aber wenn man es ihm vorsingen kann, bringt er einen hin, wo man hin muss. Möchtest du etwas anderes hören, Bruder? Einen Walzer vielleicht? Einen Walzer vielleicht? Möchtest du? Wer seid ihr? Wir sind da, wo wir gebraucht werden. Und werden gebraucht, wo wir sind. Comstock benutzt also diese Songs. Gibt es noch weitere? Einen, der uns Songbird vom Hals hält? Vielleicht sollten Sie den Meister selbst fragen. Und wo ist der? Natürlich. Möchtest du? Ich verschwinden hier plötzlich, ne? Jetzt ist das Piano-Locker. Super. Ja, obwohl ich da wieder mal rum rumlaufe. Das ist Comstockhaus. Dort sollten wir anfangen zu suchen. Wo wollen diese Leute hin? Dort hin, wo es keine Woxpopuli gibt. Die Augen zu uns, spring! Du schaffst es! Du schaffst es! Komm jetzt! Du schaffst es! Spring schon, mitgekommen! Er schafft es nicht! Ich schaff's nicht! Ich bin mir leid! Sie müssen ihre Haare zu begassen, sonst würde sie keiner mehr aufnehmen. Das Schiff ist in Fall. Hier geht irgendwie jetzt ziemlich fast die Post, oder? Ja, aber falls der Gegner kommen will, ist das gleich richtig nice hier, mit dem Teil hier. Oh, Dose Bohnen, das bringt auf Hose. Gibt richtig Feuer. Wird hier aber rumtigert, ne? Immer im Weg, immer vorne da oben. Ein bisschen roh da oben hier. Oh, die Pferde, die Kuchen. Irgendwie funktioniert das extra Streaming hier nicht so, ne? Nicht so, wie es richtig soll, oder wie jeder was, ich verstehe es nicht. Zeig ich dir das Dollarzeichen dann mal in der Mitte? Ich glaube, ich hab ein Bug irgendwie mit ihr, ne? Ich hab nichts getan. Was hast du da, Geldsack, ja? Was ist das, ein Monockel? Was soll ich denn da nehmen? Was hast du da, Geldsack, ja? Jetzt gucke ich erstmal hier. Schadensboost. Schadensboost. Und wir. Schadensboost. 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 Ah, Gegner am Start, ne? Ich bin schlauer gewesen, von da zu laufen. Ich weiß es nicht. Wer treibt sich hier und wird nur hier nach. Wer treibt sich hier und wird nur hier nach. Wer treibt sich hier und wird nur hier nach. Weltschlaß in der Darm? Wahrscheinlich wäre es das, ne? Ja, genau. Jetzt komm ich ja nicht mehr raus, ne? Ich glaub, es geht hier nach. Okay. Das ist die nächste Seite. Und dann mach mal Deckung. Los. Okay. Dann好. Ich bin either bis zum Zeitraum. Wir verlangen nur区 Keancer, Klaughter. Oh! Hier, Zucker! Prima! Du kannst dich nicht verstecken! Willkommen! Willst du, dass ich noch was finde? Hm, dann sieh mal zu. Da! 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 Oh no! Oh, jetzt ist die ganze Schose nochmal, oder? Ich hab irgendwie was in der Gatling da drin, das ist natürlich cool. Der Appen ist immer nicht cool. Bitte sehr! Bitte sehr! Bitte sehr! Oh! 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 Da! Ah! Hey, Kitsch! Habe ich jetzt noch was gebrauchen. Jetzt wieder mit dem Texture-Streaming-Kram, ne? Nichts komisch. Wasserlache, damit ich's so mit dem Electro-Bowl elektronieren kann wahrscheinlich, ne? So'n Story hier. Naja. Brauchen wir Geld? Komm, immer ran damit. Innerher die Monaden, ne? Ich erkenne hier nix. So, jetzt müssen wir aber eigentlich alles geloodelt haben soweit hier. Guck mal hier rein, geh zu Comstock-Haus. Super. Comstock ist doch der Prophet, also die Höhle mit Löwen jetzt hier, oder wie? Das ist alles? Keine Gründe. Was ist das mit diesem Song, der den Vogel ruft? Das war immer so. Als kleines Mädchen habe ich ihn immer gern gehört. Gern gehört? Ich hatte ja nur ihn. Er fütterte mich. Brachte mir Bücher. Er war... mein Freund. Freund. Bis ich größer wurde. Dann hasste ich ihn. Weil er mein Werter war. Aber er ist nur Comstocks geschaffen. Genau wie ich. Er schafft! Er schlappt! Oh Leute, denn? Oh Gott, wer die Kohle? Immer her damit! Mit. Und die Zunge für Gatlingern wäre jetzt cool. Kriegt man das überhaupt? Strona verzeckt hier. Karolina. Nicht so wirklich, ne? Naja. Braucht er mich eigentlich braun? Das ist besser. Das ist besser als Comstock. Oder? Wenn volles Blut erstmal in Ballung kommt, beruhigt es sich nicht so schnell. Das hier klebt an unseren Händen. Ob ich ein gewisses Level, eine Stufe schon hinter mir habe, oder ob das noch kommt, wie ziemlich gruselig. Ich glaube, mir überhaupt nicht gefallen wird. Schauen wir mal. Ich weiß es nicht mehr, es ist zu lange her. Aber es gab da so eine Passage, die hat mir so gar nicht gefallen. Schieße. Ah ja. Ob die so schön ist. Wir gucken mal. Für die Gatlingern kann man nämlich eh keine Meme mehr. Ja. Ah. Ah, mal eine Runde auf Schild. Da hat sich der Lockpick ja echt gelohnt, ne? Was braucht man für das? Ah, hier oben gibt's das Zeug! Lockpick und bei Zerfall eines Schildes wird die Bewegungsgeschwindigkeit 5 Sekunden Da bringt doch nichts Geldbörse! Ahhhh! Sooo! Ich bin hier unten! Ja, das ist schön für dich! Aber sonst gibt's jetzt hier nichts mehr, ne? Dann legt das jetzt hier weiter Aber das machen wir dann in der nächsten Folge Bis dahin, wenn's wieder heißt, Bioshock 2 Bis dahin macht's gut oder besser Alles gut! Wir sehen uns, wie schön gut geht!